Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal X-Plane. Und heute machen wir mal Inselhopping. Genau, aber ja, auf den ostfriesischen Inseln. Und genau, dieses Inselhopping wird mehrere Teile haben. Also voraussichtlich drei. Und wir starten jetzt gerade in Helgoland. Wie sollst du, ob ihr das kennt? Genau, das ist die einzige deutsche Hochseeinsel. Wienziger Flugplatz. Ja, es reicht kaum aus für irgendwas. Normalerweise fährt man da glaube ich mit dem Boot rüber. Ja. Also wenn du da arbeitest, den Tower, ich glaube, das wird schnell langweilig. Nee, ich glaube, na, ich weiß nicht. Tower an dem Flughafen. Du musst mal auffassen, in welche Richtung du fliebst. Ja, so gegen Süden. Relativ. Ja, so ist ganz gut. Wir werden auch zwischendurch beschleunigen. Also, die Geschwindigkeit erhöhen von dem Spielzeitraffer halt. Weil, ansonsten brauchen wir zu lange. Weil das Flugzeug fliegt nur maximal 374 Stundenkilometer. Ja, und das ist wenig. Genau, und das geht dann einfach schneller und das ist ganz gut. Die Reichweite beträgt 1900 Meter, Spannweite 12 Meter, Länge 9 Meter und Höhe 3 Meter. Also, alle technischen Daten. Ja, viel mehr gibt es hier zu sagen. Ähm, wir sind ja keine Doku hier über Flugzeuge. Wir kennen ja jetzt hier nicht irgendwie die ganzen Flugzeugfakten auswendig. Ja. Wir müssen uns die auch erstmal holen. Genau. Ähm, ja. Dieses Flugzeug ist vorinstalliert in X-Plane. Der Baron B-58, glaube ich, ist das oder eher? Ja. Der B-58 doch passt, ja. Ist ein etwas älteres Flugzeug. 1961, also. Zwei Motorräg, Propeller. Ja, und, ähm, wir fliegen jetzt gerade von Helgoland nach Norderney. Von Norderney geht es dann weiter mit einer Chessna 400, die sechs Meilen nach Juist. Also, es wird echt ein Miniflug. Und es gibt auch, also, es, wir haben uns das nicht ausgedacht, es gibt es auch in echt, ähm, da gibt es so Unternehmen, die veranstalten, so Inselhopping. Das heißt, du setzt sich für ein Scheinegeld in ein Flugzeug. Ja, und lässt sich dann hier über die Insel mit dem Flugzeug fliegen, was total bescheuert ist, es gibt nämlich auch Boote. Ich kann es ja mal auf die Karte gehen, dann sieht man nochmal genau unsere Flugkarte. Genau. Also, wir sind hier, wir können auch auf Sichtflugkarte, wir machen hier Sichtflug. Wir sind hier in Helgoland gestartet. Großmisschen weiter nach rechts und fliegen. Na, und wir wollen gleich nach Norderney fliegen. Na, und danach dann von, na, nein, nach Juist, das ist dann der erste Teil, diese zwei Flüge. Genau. Und es wird, wie gesagt, voraussichtlich, äh, drei Teile geben. So, wie wir jetzt gerade eben gesehen haben, äh, nochmal, 2.10, 2.20. Vielleicht kommt auch noch ein Gast in den nächsten Teilen, äh, vor. Das kommt aber darauf an, auf die Termine und auf den Zeitplan und so weiter. Zeitmanagement. Aber das ist halt gerade ein bisschen stressig, aber das können wir schon auch hin. Ähm, so, ich mache jetzt mal, 2.17 Grad, 2.17. Da fährst du genau auf lange hoch zu. Hm. Ja, ist gut, warte, das will ich jetzt nicht. Aber ich sage es mal, ich sage es mal. Ja. Dann sonst seht ihr jetzt, 15 Minuten oder sowas, nur fliegen, was mehr. Das ist nicht so spannend. Und jetzt ist, äh, wie ihr seht, ähm, sechsmal so schnell wie normal. Ja, das heißt, eine Minute in echt würde jetzt, dauert jetzt hier 10 Sekunden. Ja, da kommt auch schon das Land. Also erst die Insel und dann das Land, die wir gerade eben auf der Karte gesehen haben. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen orientieren. Du scheiße. Nein, nein, da musst du nicht, wenn du so lange hoch. Das ist lange hoch? Ja, denke schon, wenn du auf die Karte, du hast ja noch mal auf die Karte gehen. Nee, das passt schon. Ah, hier, siehst du, dass, ähm, das ist da, ähm, das müsste, ähm, westlich von Langeoog, äh, was war, westlich von Langeoog, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Baltrum. Nee, dann ist es Langeoog, okay. Langeoog? Ja, das ist genau, das ist Langeoog, das erkennt man an dieser Form, die hat die ganze Westen, hat es so, äh, ganz viel, sehr viel breiter. Sieht aus wie dem Akete. Genau. Ähm, danach kommt so eine ganz kleine Insel, Baltrum, und danach kommt, äh, unser Zielinsel Norderney. So. Mal schauen, ich kenne auch mal die Ansicht, die sehen wie die Passagiere, die sehen das jetzt, das Ganze so. Also wir sind jetzt ein Passagier, der zu viel Geld hat und sich über den Weinsinn schütten lässt. Genau. Hier. Dann gehe ich mal mit dem Speed ein bisschen runter und gehe auf 2000 Fuß, damit man auch ein bisschen was sieht. Achtung, ein bisschen, die Salenisch kommt auch ins Spiel. Die, äh, Machete heißt auf Italienisch Ronka. Warum? Ist mir gerade eingefallen, ist mir gerade eingefallen, wegen der Form von Langeoog und, ja. Ja gut. Wie mit Salenisch heißt, ja. So, und das da vorne ist, ähm, Norderney. Alles ganz schöne Inseln, so kleine. Ich war, ich war mal auf ein paar von denen, ich war glaube ich auf Langeoog, auf Waldrum. In der Früh immer, äh, meine Oma und Opa, die haben uns immer, ähm, in den Sommerferien sind die dann immer mit uns auf so eine Insel gefahren, ein für eine Woche. Und da waren wir dann, äh, auf, ich weiß gar nicht mehr, wir, auf allen möglichen Inseln waren wir auf allen möglichen ostkrisischen Inseln, war immer natürlich auch mal mit meiner Familie auf Langeoog, genau, und dann war aber, das Wetter so beschissen, es hat immer nur die Regen, natürlich, und dann haben wir den Urlaub abgebrochen. Oh, da war ja aber noch kleiner. So fünf. Sehr spannend. Na also, äh, wir sehen jetzt hier die Insel vor uns, die ostkrisischen, und die Insel am Festland und lang das, Festland ist einfach das, was ihr dahinter seht. Verschleunigen wir nochmal kurz damit, damit bis zu bald, drum können wir es ja machen. Ja. Damit das Ganze nicht gar so lange dauert. Genau. Wie gesagt, fliege ich so rüber, ich will da zu dieser Ausläufer kommen. Hier so, jetzt sink ich zu schnell. Da haben wir lange Zeit trainiert für die, für diese Strecken. Ja, lange Zeit ist gut. Ja, was braucht man, wir trainiert, um die Landwählen, um die Landwählen, um die und den Start nicht ganz falsch zu machen. Es ist halt Sichtflug. Und, das ist halt, es ist einfach nochmal was anderes wie so ein Instrumentenflug. Das ist, wir fliegen ja auch unterschiedliche Sachen, also, ich zum Beispiel habe, wir haben es bei so spezialisiert, ich zum Beispiel habe, mehr so Jets und Helis gemacht. Ja, und ich fliege eher zivil. Obwohl ich auch gerne natürlich, ähm, Helis fliege, Jets ist jetzt nicht so meins, aber auch ab und zu mal, Helis bin ich nicht sehr gut tun, aber, ja. Wir haben auch einen Dogfalt gemacht, den Link dazu tun wir euch in die Videobeschreibung. Natürlich. Über Insport war schon ziemlich lustig. Das war echt lustig. Das erste Video mit einem richtigen Mikrofon. Naja, so unser drittes Video. Ja. So. Da unten ist die kleine Stadt auf Balthum. Du musst da rechts, dann kommst du zur Landbahn. Da ist die Stadt. Ich gehe auf. Ja, da sind, das sind alles so Dörfern. Paar hundert Einwohner, vielleicht ist das auch ein paar Tausend, ich weiß es nicht. Balthum eher ein paar hundert. Und da rechts müssten jetzt gleich die Landebahn. Das muss jetzt mal zu sehen sein. Da vorne. Da ist es ja. Okay, dann. Mal zu dem Auslaufen. Aber bald gibt es keinen Flugplatz. Ja, du machst das zu weit, glaube ich, oder? Nö, nö, das passt schon. Die Landebahn ist doch schräg. Nö, ich glaube nicht. Nö, nö, dann muss ich losen. Und dann, ich habe sie gesehen. Wir fliegen jetzt einfach mal bis zum Anfang der Insel, so rüber. Noch mal runtergehen, dann sieht man etwas mehr. Etwas mehr. Ja. Oh, Mann. Hier schon wieder mit unseren hochwertigen Blitzen. Natürlich. Wir haben es noch auf dem Schlagzeug. Was immer, bitte, das macht. Das sind wir ja machen. Na, ich habe schon heute noch ein Handy, Handy ab danach gesucht. Ernsthaft? Ja, wie auch schon überlegt gehabt. Meinst du jetzt extra für die Videos, oder? Ja, auch. Wir sind ja heute so krasse Überflieger. Wie geht's mir auf? Also schlechter kann die Qualität des Humores nicht mehr werden. Aber jetzt lenke ich dich lieber nicht mehr ab. Lass mich mal landen. Wirst du sie schon, die Landebahn? Ja. Hinter so ein paar Bäumen. Das ist auch total. Also, welcher Depp pflanzt denn bitte im X-Plane Bäume direkt vor die Landebahn? Also es gibt auch, ich habe es auch schon gesehen, dass also auf kleineren, da wurden welche auf die Runway gesetzt. Ja, zum Beispiel, ich habe mal versucht, eine Weltrundung zu machen und musste feststellen, dass in einem russischen, auch einen russischen Flughaften namens Kirov-Po-Bi-Bi-Lowo irgendwo, im Nirgendwo, einfach auf der Startbahn, die gerade mal einen Kilometer lang war, maximal ist, ähm, Bäume gepflanzt waren. Hat einfach nicht gesehen, nur hat bis Ende nicht gesehen, man wusste nicht, wo man ablehnen musste. Das ist doof. Das hat immer mich nicht mehr weitergemacht. Bist du immer noch, äh, da? Ja, ich wusste nicht mehr, welchen Flugzeug ich überhaupt weiterfliegen sollte, weil da fliegst du locker drei Stunden bis zum nächsten Flughafen. In der Mitte von Russland. So, ja. Einfach nur Wald. Kannst du Richtung Süden fliegen. Ja, weil ich möchte als nächstes, ja, nach Amerika. Aber es ist halt eine ewig lange Strecke, dann muss ich sechs Fahrergeschwindigkeit machen. Ja, wenn du Autopiloten hast. Ja. Ich habe es ja nicht ganz so mit dem Warten, um jetzt Passagierflugzeugen... Ja. So, jetzt müssen die Flaps ganz draußen sein. Das ist ein relativ kleiner Landeplatz, also... Wenn die Landung jetzt nicht so toll wird, Entschuldigung... Vielleicht bei den Flugzeugen, mit denen man normalerweise nicht fliegt. Genau. Sind halt wie gesagt bei mir solche Flugzeuge... Die sind halt langsamer, darum hat man sich meistens noch nicht gezeigt, um solche zu fliegen. Ja. Du musst nochmal Speed geben, glaube ich, du wirst schon unter der roten Landzeige, unter 8. Ich habe mich gerade gewundert, dass ich in der Außenansicht war, weil ich da bin langsam. Bisschen wackelig. Ja, das ist aber normal. Ich bin in dem Sommer mal mit einem 380er geflogen und der Pilot ist halt dann in New York manuell gelandet. Das hast du schon ganz schön gemerkt. Also es ging ja immer so hin und her. Ach, dann warum? Lust du der Gas geben? Scheiße, warum? So, da jetzt aber... Scheiße. Okay, tut mir leid. Zu früh aufgesetzt. Ach, Mist. Na ja, wie gesagt, wir sind es nicht gewohnt, um es General Aviation zu fliegen. Es wird besser werden. Irgendwann. In den nächsten... In den nächsten Teilen wird sicher besser. Ja. Dazu ist ja auch der Kanal da, dass wir uns auch verbessern teilweise an euch Sachen zeigen können. Wir sind übrigens jetzt auch auf sozialen Netzwerken unterwegs. Ja, also auf Twitter, ähm, Facebook und Google Plus immer unter den Namen AirXplane. Kannst du schauen, abonnieren, folgen, was auch immer. Genau, so, jetzt sind wir hier. Das finde ich ganz gut, man kann einfach mal übers Feld fahren. Ich muss nicht irgendwelche bescheuerten Taxi-Waste nehmen. Ich habe irgendwie, wenn ich mit einem, äh, Airliner irgendwo lande, dann ist es immer so, dass, so in dem Bereich, wo ich dann sage, okay, jetzt bin ich langsam genug, dass ich, ähm, abbiegen kann. Also, ähm, also, äh, von der Landebahn runter. Genau das ist der Moment, genau dann bin ich immer hinter so eine, so eine Abzweigung. Das ist ziemlich bescheuert. Na gut, auf jeden Fall, das war jetzt schon mal, ähm, die Landung auf Noranei. Und dann geht's gleich weiter mit der Cessna C400 Richtung Juist. Jetzt sind wir bei Teil 2, unseres ersten Teils, also 1.2, mit der Cessna C400 nach Juist, die 6 Meilen. Genau, das sind 6 Meilen, ich glaube, es sind weniger. Also, wir sind hier jetzt gerade in dieser Cessna C400, das ist eine kleine, einmotorige, 4-sitzige Probeller-Maschine. Damit werden wir jetzt mal abheben, hier im Nordermai. Musst eine 180 Grad, wenn wir machen, um nach Juist zu kommen. Genau. Wir werden dann die Insel noch entlang fliegen. Wie ihr seht, das ist mehr so ein Sportflugzeug. Ja, auch die Maximalgeschwindigkeit sind bloß 435 kmh. Gut, klingt noch nicht so, äh, so viel. Das ist aber auch an der anderen Seite auch nicht wirklich, äh, wirklich so langsam. Aber Reisegeschwindigkeit sind nur 315 kmh, also 120 kmh schon wieder langsamer. Und halt, Spannweite 11 Meter und Länge 7,7 Meter. Mir gibt es nicht so, erzählt zu den Flugzeugen. Ja. So ist relativ simpel. Ist vorinstalliert, oder? Ja. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Und wie ihr seht, also wir sind gerade, ja, sehr gut. Wir sind da vorne. Wo sind wir dann? Ja, da irgendwo sind wir. Absteigen zu tief. So hoch. Äh, zu hoch. Sehe ich auch gerade. Da ist mal abgehoben. Davon schon der nächste Lande, der Lande war. Und da werden wir landen. Also wirklich kurzer Flug. Wir befinden uns schon im Landeanflug. Ja. Kaum das für gestartet sind. Also das ist wirklich der unspannendste Teil an dem ganzen Flug. Wahrscheinlich bei allen Flügen insgesamt. Ja. Sogar hier mit Mond. Ja. Und? Fern. Zufälligerweise immer mit einem Schubst. Ich glaube, das ist besser mal im Konto bleiben. Ja. Diese, also die fahren an, äh, echt nur gut mit lang. Schon mal cool. Der Ton von außen, der man denkt sich, hier hinten drin, kein, gar nicht so kleiner Motor. Und dann geht man nach außen, dann war man halt der sich, an wie so ein Elektromotor. Ich glaube, das ist ein ziemlich stark, also der hat mich, gute Leistung, dieses Flugzeug. Ja. Landeanflug. Fahrwerk kann man gar nicht ausfahren oder einfahren. Nee. Das ist hier so. Fest gemacht. Ja, geht nicht. Ein wackeliges Ding an sich. Das ist immer so nervig, wenn du dann wieder zurück ins 2D-Cockpit gehst. Dann schaust du einfach auf die Instrumente und nicht nach draußen. So, jetzt sind wir schon auf Wüst. Also landen. Hier mit dem Strand. Entschrecken wir mal die Urlauber. Ha. Zum Glück keine Vögel und Rehe auf der Bahn. Aber die können sehr ungewöhnlich werden. Ja. Ja, ist ja gut. Vielleicht ein Speed weg? Nee, noch nicht. Flaps von draußen? Okay, Speed schlieg weg. Wie viele Flapsstufen hat die Kiste nochmal? Ich weiß gar nicht. Vielleicht ein, zwei? Willst du wahrscheinlich auch gar nicht wissen? Eine. Ein bisschen zu hoch. Oder? So. Touchdown. Jetzt. Sag mir doch so, oder? Touchdown, ja. Ja, und jetzt sind wir schon auf Wüst. Genau. Es gäbe jetzt hier so ein Taxiway, so einen kleinen vom Ende der Stadt, eine Landebahn. Aber den benutze ich eigentlich sehr ungerne. Muss ich sagen, weil der so mini, mini klein ist. Da muss man echt so, muss der total langsamer rein. Wie auch das war? Ich kann's mal probieren. Ach, sind das die kleinen Speedbrakes? Das sind die Speedbrakes von diesem Flugzeug. Und was bewirken die so wirklich? Das hab ich mir auch schon gefragt. Also, das sieht nicht nach viel aus. Das stimmt. Ich glaube, die ist sehr leistungsstark. Sieht nicht so aus, aber die ist, glaube ich, sehr leistungsstark. Ja. Aber das war jetzt eigentlich schon der erste Teil von unserem Insel-Hopping. Genau. Wir hoffen, dass es euch gefallen. Zweiter Teil kommt bald. Ja. Und dann auch noch ein dritter. Und noch ein dritter. Werdet ihr dann aber sehen. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.